Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Beim letzten Mal haben wir die Lizenz zum Fälle lösen gekriegt und hier haben wir einen neuen Fall. Geschwungene Fäuste. Da haben wir wohl auch mehrere Hinweise jetzt gerade gekriegt. Ich muss nur kurz gucken, wo das hier ist. Hier. Aussage des Dockarbeiters. Das hier. Ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auch von meinem Tisch stützte. Hätte ich einfach tatenlos herumsitzen sollen, als wäre nichts passiert? Ich griff wohl nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Aussage des Händlers. Dieser Matrose schubste mich herum. Dabei habe ich doch nur aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttet. Ich rempelte dabei den Soldaten an, der dann auf mich losging, als wäre es meine Schuld gewesen. Ich musste mich wehren, aber dann zog mir jemand eine Flasche über den Kopf und ich wurde unmächtig. So. Also immer angenommen, Aussagen sind wahr. Dann hat, was? Als der Händler den Soldaten einen Schlag verpasste, der Soldat dann auf den Tisch stützte, hätte ich einfach tatenlos herumsitzen sollen. Okay. Also, Soldat und Händler haben sich gestritten und er war der freudige Dritte, ja? Ja. Also, Soldat, schräg, schräg, Matrose. Aussage des Barmanns. Der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen und dann eskalierte das sofort. Ich weiß noch, dass der Matrose mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen wollte, aber stattdessen den Dockarbeiter traf. Das war alles, was ich gesehen habe, weil ich mich dann hinter den Tresen versteckt habe, um zu warten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. So, dann haben wir hier noch den Soldaten, schräg, schräg, den Marinesoldaten. Matrose, wie auch immer. Der Händler schlug mir ins Gesicht und dabei ging meine Brille zu Bruch. Das war die einzige Brille, die ich hatte. Dieser osmanische Abschaum hasst jeden von uns. Wie lange müssen wir uns noch mit ihm abgeben? Bericht Nr. 1804 Bei einer Schlägerei in der Bar Golden Ale wurde ein Matrose erstochen. Die Bar befindet sich in der Scarlet Street in der Altstadt westlich der Sesamstraße. Verdächtige Brian MacLeod, der Soldat, Alec Kaplanidis, Dockarbeiter, Selim Yunnan, Händler. Alle Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Für den Fall sind noch weitere Ermittlungen nötig. Okay, also eigentlich wollen wir auch unsere Villa, Ex-Villa, wie auch immer, Sandmanna, Stonemanna, wie auch immer, aufsuchen. Aber jetzt bin ich hier abgelenkt von einem anderen Fall. Okay, also ein Matrose ist erstochen. Das heißt, der Soldat ist nicht der genannte Matrose. Okay, dann suchen wir mal. Das auf Kater sitzen. Wie ist das? Warte. Äh, tttttttt. In der Altstadt Scarlet und Sesamstraße. Wo ist denn jetzt die Altstadt? Altstadt ist hier. So, Sesamstraße. Sesam Street. Und Scarlet Dingens. Wo ist denn jetzt die Scarlet Street? Hier geht ja auch noch die Sesamstraße lang. Guck mal. Hier geht aber hier und dann da. Das heißt, irgendwo da. Okay. Dann gehen wir mal erstmal in die Altstadt, bevor wir hier sonst irgendwie was machen. Ein Baditen-Unterschlopp wurde auf der Karte eingezeichnet. Wähle Details aus, um zum Spielgrund... Achso, ja. Das hatten wir aber am Ende der letzten Folge noch gesehen, ne? So, schauen wir mal, wo das denn auf der Karte wäre. Das wäre da. Dann können wir da theoretisch unsere Kampffertigkeit nochmal ausprobieren. Hier diese Kompass-Markierung kann ich mal wegnehmen. Weil wir wissen ja jetzt, wo das Polizeirevier ist. Mehr oder weniger. So, und dann, bevor wir uns jetzt den Fall angehen mit der Schlägerei... Würde ich einmal gern den Baditen-Unterschlupf aufsuchen. Nur um zu sehen, was es halt bringt, wenn wir halt tatsächlich die Banditen kalt machen, mehr oder weniger. Wir dürfen sie ja nicht töten. Aber es würde mich schon interessieren, ne? Wie, um wat, um wo? Wo ist meine Belohnung? Und kriege ich das überhaupt hin? So, irgendwo hier soll es den Baditen-Unterschlupf geben. Ich glaube, ich stehe mehr oder weniger davor. Guten Tag. Können wir mit dir reden? Baditen-Unterschlupf, Scala-Dio. Aktiviere Herausforderung für einen höheren Belohnungs-Multiplikator. Freischalten durch Festnahme. Alle Baditen-Unterschlupf von Silverstone. Freischalten durch Festnahme. Alle Baditen. Okay. Okay. Ist auch nett, dass der Bewaffnete davor steht und sich so denkt, so... Ja, ne? Schön. Okay. Ach, kacke. Aua. Hier, mach mal den. Nein, nicht so. Oh, du solltest eigentlich daneben schießen. Sollte ich auf den Feuerlöscher schießen, weißt du? So. Einmal so. Dann den nächsten gleich. Zappel nicht so lange. Hier. Bam. Und jetzt noch der andere hier. Einmal auf den Hut. Oh, das hat gereicht. Okay. Gibt's hier noch mehr? Ich glaube, ja. Da kommen noch mehr. Ja, okay. Oh, schießt doch. Nein, ich muss noch landen. So, verdau das. Hat er wegen Rüstung halten, die ich akzeptiert. Okay. Aua. Oh, Neil. Einmal auf den Hut. Dankeschön. Okay. Nein. Verdammt. Aua. Aua. Aua, das tut weh, man. Was haben wir hier noch für Dinger? Weiß nicht, was das ist. Ist auch schön, dass ich irgendwie anscheinend unendlich Munition habe. So. Voll auf die 12. Ja, ich gebe mir auch gleich die Peppersnuff. So, dann kann der schon mal weg. Weil mit Peppersnuff geht es natürlich ein bisschen schneller. Gib mir mal deine andere Rüstung oder so. Zappel doch nicht so. Ach, kacke. Wow, da ist ja noch einer. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Einfach so lange rumlaufen, bis ich meinen Schnupftabak hier verwenden kann. Dauer. Oh, Mist. Doof. Blöd. Ja, ja, kommst du mal. Bam. Ich konnte die Party nicht verpassen. Ja, ich muss nachschauen. Ja, die ist beinahe halb falsch geschossen. Oh, das ging noch. So. Noch mehr? Natürlich. So, dann lass mich raten, je nach Banditenunterschupf sind dann hier noch mehr von den Peppers unterwegs, ja. Ah, es ging sowas von daneben. Aua, wo denn? Boah, da kommt ja zu gar nichts hier. Ups, das war voll daneben. So. Okay, der hat irgend sowas auf dem Rücken. Ja, ich hab nie nachgeladen, ich penne. Alter. So, der ist hinüber. Jetzt hier irgendwo in Deckung, weil ich hab ja auch kaum noch Leben. So, ich hab ein bisschen Leben regeneriert, warum auch immer. Vielleicht so ein bisschen nett vom Spiel und so. So. Na, da treff ich das andere Bein nicht. Da würde ich den Menschen scharen. Das geht ja nicht. Darf ich ja nicht. Ich bin ja Sherlock Holmes. Ich töte nicht. Ich bin wie Batman. Nur schlimmer. Und natürlich muss ich ihm ja auch, ne? Erstmal die Rüstung mit meinem Arm abschießen, bevor ich ihm das da aus dem Gesicht schießen kann. Oh, ich muss wieder nachladen. Lade nach. Ja, ja, nicht jetzt. Vielleicht später. So. Kriegt der andere hier noch was ins Gesicht? Okay. Bäm. Drück die Bäm in die Frisse. Das war die Mahnkuhle. Bitteschön. So. Und da er nichts weiter hat, gib ihm den Snuff! Das war's. Okay. Unser erstes Banditenversteck haben wir ausgeräuchert. Okay. Null Gegner getötet. Klingt doch gut. Rang 3. Problemlöser. Belohnung 48 km. Kürzere Konzentrationsphasen. Wie kürzere Konzentrations... Ich hab keine Ahnung. Okay. Und das hier? Ich könnte das jetzt nochmal machen, ja? Okay. Ist halt dann sowas, ne? Da muss man sich halt so ein bisschen durchprügeln, hast du das Gefühl. Wenn man halt wirklich die ganzen Boni haben will. Jetzt aber erstmal zu der Bar, die wir aufsuchen wollen. Bei einer Schlägerei. Schlägerei! Im Barbezirk! Schlägerei! Oh, was ist das? Ein Kinderspiel. Davon hat Sherlock natürlich keine Ahnung. Deswegen kommt das auch in sein Konzentrationsmodus nicht vor, ja? Okay. Wie ein Kinderspielchen? Nee. Nee. Wo kommen wir denn da hin? Nee. Einfach nur nee. So, ist es noch weit? Was sollte man das hier nehmen? Ja, das ist nur ein ganzes Stückchen. Halleluja. Oh, schade. Schade, dass ich die nicht Gitarre spielen höre. Das wäre ein nettes Detail noch gewesen. Straßenmusiker mit der Nacht zusammen mit dem anderen hier. Aktuell weiß ich auch noch nicht, ob ich halt hier, ne, alles machen werde. Irgendwie sämtliche Fälle lösen und so. Das weiß ich noch nicht. Es kommt halt darauf an, wie man halt auch im weiteren Verlauf des Spiels die Mechaniken halt alle so zusagen. Wenn es mir halt irgendwann zu, zu schwierig, zu blöd wird und ich bin ja selber manchmal ein bisschen beherblöd, ähm, dann werde ich vielleicht auch nur das Nötigste machen. Ich weiß es nicht. Und jetzt hier das Kämpfen und die Schießerei ist halt schon so ein, so ein Punkt, wo ich mir denke so, hui, das könnte sich halt schwierig erweisen. Wollen wir mal gucken. Du hast Spaß da oben, ja. Ach, dich hören wir Trommel. Okay. Halmosen für die Armen. So, wir müssten in der Bar eigentlich schon fast nah sein. Okay, fast nah, ist relativ. Hm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Ich glaube irgendwie nicht. Aber da hinten ist eine Straße, die führt hier durch. Wenn ich da hinkomme. Hui! Everybody do the hui! So, auf der anderen Seite der Mauer sieht es vielleicht schon besser aus. Ist halt auch so typisch für Altstädte. Altstädte sind ganz oft halt so Bereiche, wo halt früher irgendwelche Mauern standen. Hier stehen sie tatsächlich noch und so. Damals, als alles noch irgendwelche Burgen waren und so. Vor ewigen Zeiten. Hover Wachtturm. Okay. So, und das Ding ist da hinten. Das heißt, da muss ich hier links erstmal lang. Und dann irgendwie hier durch die Straßen dann weiter nach rechts. Oder so. Mal gucken. Wir sind fast da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig laufe. Das könnte aber sein. Altstadt Nord. Klingt schon mal gut. Haben sie mal eine Bar gesehen? Müsste jetzt hier irgendwo sein. Habe ich einen Hinweis darauf, wie die, wie die Bar heißt? Ich habe hier noch irgendwie Gedankenspiele. Achso, Mutterliebe. Verschwunden in die Polizei. Akte. Ist damit nicht kombinierbar. Naja, egal. Ähm. So, Bar befindet sich in der Altstadt. Westlich der Sesam Street. Okay. Das heißt, es wäre mehr in diese Richtung. Also, wir sind ja jetzt fast auf Scarlett Street. Scarlett Street ist hier und hier vom westlich. Golden Ehe. Das klingt doch gut. Dann können wir erstmal die Markierung hier entfernen. Ja, löschen. So. Dann mal rein in die gute Stube. Wo geht's hier rein? Da. Jo. Das nenne ich mal noch an die Schlägerei, du. So sehen ein paar Kneipen Schlägereien aus. Was? Was würdest du gerne? Auf dem heutigen Menü haben wir Stomachpunchen, Haltkicken und der Chefs spezielle Throatschläge. Okay. So, wir haben auf jeden Fall mehrere Tatdinger. Und die können wir uns jetzt alle anschauen. Was haben wir denn hier? Typisch für eine Schlägerei. Typisch für eine Schlägerei. Der ist hier hinten irgendwo. Das hat der Barkeeper hier irgendwie missgebaut oder so. Man muss ja mal gucken. Aber nein. Ein ungekippter Krug. Jo. So, hier liegt eine Brille. Die zerbrochen ist. Okay. Also jemand, der kurzsichtig war, war da. So. Also jemand wie ich könnte das. Okay. Das haben wir hier. Das Blut, ja. Und auch die Tatwaffe. Okay. Ist da noch irgendwas drauf? Okay. 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 Kann ich jetzt was übersehen? Hier ist noch was. Die zerbrochen ist eine Flasche. Achso. Achso. Ja, ja. So. Und dann können wir jetzt hier quasi rekonstruieren, wie alles gewesen ist. So. Lass doch nochmal durchgehen. Also. Er hier. Der Dockarbeiter. Ähm. Es ist einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste. Ja. Und der Soldat landete auf seinen Tisch. Er hat noch eine Flasche gegriffen. Und zog sich dem Händler über den Kopf. Okay. So. Der Matrose schubste mich herum. Ich glaube, der Soldaten landete. Okay. Aussage der Soldaten. Der Händler schlug mir ins Gesicht. Und da ging meine Brille zu Bruch. Okay. Das heißt, er ist der Kurzsüchtige. Er hatte die Flasche. Und er hatte das verschüttete Bier. Dann versuchen wir es mal zu rekonstruieren. So. Hier haben wir. Eventuell war das das Bier. Das ist nicht der. Nein. Wenn, dann passt hier das. So. Dann passt hier. Derjenige. Ja. Das kommt schon hin. Nein. Das haut nicht hin. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Schon eher. Warte. Wo war hier die Flasche? Die war hier, ne? Könnte sein. Muss nicht. Hier haben wir den getöteten... ...den getöteten Matrosen. Aber wen ist es gewesen? Entweder er. Oder er. Oder der andere. Okay. Fangen wir nochmal an mit dem Bier. Beziehungsweise halt. Der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen. Jo. Äh. Ich weiß noch, dass der Matrose mit seinem Stuhl nach dem Händler geschlagen wollte. Und er stattdessen den Dockarbeiter traf. So. Du bist der Dockarbeiter? Wo ist der Händler? Wo ist der Händler? Also der Matrose hat auf jeden Fall einen Stuhl geschlagen. Der Matrose war stark. Der ist ausgewildert. Der ist Seemann. So. Und der hat versehentlich den Dockarbeiter betroffen. So. Und die Flasche hat... Der Händler über den Kopf bekommen. Der Glatzkopf hier ist ja der Händler. Ja. Das haut hin. Ja. Also hier der Matrose haut dem Dockarbeiter versehentlich den Stuhl über den Kopf. Obwohl er eigentlich den Händler treffen wollte. Und der Händler hat die Flasche abbekommen. Haut hin. So. Und hier haben wir den Soldaten, der seine Brille kaputt gekriegt hat. Haut alles hin. Aber wer... Hat dann noch den Matrose erstechen können. Wenn... Die beiden da am Boden lagen. Der eine in den Stuhl. Der andere... Ähm... Die Flasche. Wer hatte ihn auf dem... Ding ins geschmissen? Der Händler schlug mir ins Gesicht. Der Händler war der Glatzkopf, ne? Ja. Wenn... Hier der Mord stattfand. Macht das Sinn, dass der Händler das macht? Der hat... Die Flasche abgekommen. Der... Äh... War der ohnmächtig? Der war ohnmächtig. Das heißt, der ist wahrscheinlich raus. So. Der Händler... Äh... Quatsch. Der Dockarbeiter... Weiß er nicht mehr. Dieser osmanische Abschaum hasst jeden von uns. Achso. Bezüglich den... Des Händlers. Okay. Also bisher ist für mich der Verdächtigste immer noch der Soldat. Der hat am wenigsten abgekriegt, außer dass seine Brille kaputt gegangen ist. Und er hätte eventuell nicht unterscheiden können, weil er halt kurzsichtig ist. Auf wen er jetzt quasi da einsticht. Ich stelle jetzt die Behauptung auf, es war der Soldat. Er konnte nicht richtig sehen. Und er ist abfällig gegenüber... den osmanischen Abschaum. Und die anderen beiden lagen ja bewusstlos da. Okay, Schlüssel hinbeiseiten. Muss ich jetzt noch Gedankenspiegel machen? Was ist das hier? Segerene Bar. Der Tritzel ist unsüchtig, der Soldat. Ist der Mörder. Er wollte auf den Händler einstechen, griff aber aufgrund der schlechten Augen den Matrosen an. Okay. Gedankenspiele gibt's hier nicht. Dann können wir... die Lösung des Falls theoretisch direkt abgeben. Alle Hinweise halten. Und gucken wir mal ganz kurz noch. Ich weiß, wir haben schon Überlänge. Ähm, ob wir das so als Fall quasi direkt abgeben können. Ähm... Karte. Kann ich hier schnell Reise zum... Polizeirevier? Weil wir haben ja im Fall gelöst. Und so. Wo ist denn jetzt... Achso, ne, die blaue Markierung war ja die... ähm... unsere Villa, die wir noch aufsuchen wollen. So, ich muss aber auch wahrscheinlich noch meine Fallmappe hier... die geschwungenen Fäuste als Dingens markieren. So. Hinweis anheften. Soldat ist im Mörder. Wir haben... drei Leute, die auf der Gefahr, um einen Säler in einem Bar-Fight zu beurteilen. Alle Evidenz indikiert, dass der Soldat von ihnen... der echte Mörder ist. Hier ist der letzte Mann. Sehr gut. Soldat oder nicht, wird er bekommen, was er verdient. Ich werde es persönlich sehen. Gute Arbeit. Versuch es in einem anderen Fall. Es scheint, du hast einen Knack dafür. Okay. Weiß, hier kriegen wir einen neuen Fall. Gut. Dann gucken wir uns den neuen Fall an. in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann.